Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zum Neupaddel Padelende What does the fuck say? Ring ding 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 Ja neuer Aufnahmesession Let's play together Terraria Hoi 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 Nicht wieder schön am rauchen und die halbe Bude fast am abwackeln Weil ich zu blöd bin zu rauchen Auf deinem nicht neuen Stuhl Ja mein neuer Stuhl ist tot Wieso haben wir schon 14 Gold? Keine Ahnung Ich habe gerade auch noch 3 Gold oder Inventar Weil wir so viele Truhen gefarmt haben und so viel Geld da drin und wow dass wir 14 Gold haben Ich glaube wir müssten auch mal unser Lager ein bisschen erweitern Ja ich hab Goldfisch Ach fick dich Frozy Omnomnomnomnom Na ja omnom Wie viel Live haben wir gerade eigentlich alle? 140 160 Ok ich hab nämlich noch ein Livekristall Wollen wir das Geld jetzt drin ne? 100 bisschen Ich bin auch unter 40 Na ja ich weiß nicht Wollen wir gar nicht Wollen wir gar nicht Frozy Ich mach jetzt einfach mal die Dinger da hin Ich geh in die Mine pfff Komm mit How dare you? Ich geh da jetzt einfach runter Pfff Ah ich lagere mal mit dem ein Da unten Bitte weniger schlaue Kommentare Hehehe Hehehe Ich buddel mich da jetzt durch Ich buddel mich da jetzt durch Mitwarnen Wirst du eh nicht Ja Kein Licht Oh dat no licht habing Ach so besser Hey was ist das? Pessidor 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 Ich weiß nicht Kann man das äh Demon Ore da schon abbauen? Pessidor 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 Ich geh unten lang Ja Erstmal die Fackeln So Wenn er fällt's dann Pessidor Pessidor Frozy wir haben die Kühle erkunden Getsetzt Nice Patheter War schon 2.40 Nice Hehehe Hehe Okay der eine ging Nicht mal 5 Sekunden und der andere ging immerhin mal 3 Minuten Wenn das nicht mal so schnell gehen würde Na Ja Ach, scheiß auf Tainor, brauchen wir nicht, ich geh jetzt weiter in die Höhle. Da ist Tenor. Komm, wir brauchen ein bisschen runter. Alter, endlich, die laufen sogar runter, langsam. Wisse, hast du gesehen, der kriegt Schaden? Ja, von Sichtbank liegt mir bei dir. Achso, ne, doch. Hi, ey. Der ist jetzt nicht mehr an seinen kleinen Schleim, der sich freut. Ich hab grad irgendwen Schaden bekommen hören und es hat mir Spaß gemacht, das zu hören. Chili war's. Haha, Chili. Jetzt? Ja, ha. Oh Gott. Mit der Match. Lord Fox. Ah, scheiße. Das wär auch passiert. Scheiß Tlingel. Ich brauch mal ein bisschen alles. Ich brauch kurz Holz. Oh, der Schleimt anguckt gut, ey. Oh, das Call-of-Duty-Ghost-Spieling. Stimmt, das ist ja auch draußen. Nicht heute. Oh, jetzt wissen alle, was für ein Atom heute ist. Ich sterbe auf dem... Obwohl das Hau beim letzten Mal auch hin sagt, wenn ich's dachte. Haben wir? Ja, aber... Frosy, du hast gar nicht gesagt... Du hast gar nicht geschrieben, Anfang von Part... Will die die Partie einfügen? Oh, wo sollte ich aus? Es sind ja schon zwei Haubein. Oh, du Witz. Ich geh jetzt da runter. Ich hätte nicht gedacht... Oh, oh. Riesenschlag, Riesenschlag. Nein. Ja. Das sollst du sich wirklich in den Frosy... Ich brügel mich da jetzt um... Ey, ich riecht nicht. Ich muss mich hier schwachen. Ich erfolge mich nicht. Voll. Mach dir Licht. Oh, schlick. Alter, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder runtergehen. Ja. Hey, cool. Ziemlich große Hülle. Egal, da unten waren wir schon. Von so einem, das ist das war. Das heißt, wir... Ne, weil ich da auch schon unten war. Das heißt, wir buddeln uns da jetzt auch runter. Ich brauche jetzt erstmal... ... die Dinger. So. Los, gib mir... Leuchtstäbe, danke sehr. Ja, die sind unter Wasser einfach... Ah, ich hab ja 65 Stück. Ich hab nichts gesagt. Fuck you, Leuchtstabe. Ohne Witz. Ah, okay. Guck wo. Ich hab ja gleich ein neues Ding. Oh, und Gold. Gold, 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 Gold. Nein. Böse Skelet. Ich hab da zwei Fackeln hingesetzt. Was, was Schaden bekommen ist? Ey, da ist Gold. Ja, das würde ich grad abbauen, aber wenn ich diese Fehlermuskunde gibt, ey. Ach ja, da kennen, du hast ja auch noch 140, ne? Was? Live. Ja. Ja. Dann hast du 160. Ist nämlich lebensgestall. Was kannst du eigentlich mal so außer stinken? Was kannst DU außer stinken? Äh, Platz wegnehmen, noch mehr stinken. Hab ich schon stinken erwischt? Platz wegnehmen. True, true. Wilde kaputt machen. Ich hab den nicht kaputt gemacht. Ich hab den nicht kaputt gemacht. Er wollte einfach weg von mir. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Er legt es mir aus. Exakt selbe Stelle habe ich noch nicht. Er sitzt nicht mal ne Woche richtig drauf. Das war zwei Tage. Das war auch schlimmer. Ja, zwei Tage sind nicht mal ne Woche. Es ist nicht mal ne halbe Woche. Also trotzdem nicht eine Woche. Ja und? Aber es ist nicht mal ne halbe Woche dazu gekommen. Alter. Ja genau. Was ist schuldig? Du bist tot. Ich glaube, Frody ist die... Die Fallschaden da oben. Ich glaube, Frody ist das Low-Equip nicht gewohnt. Von nem Pfeil abgeschossen. Ich geh alles wieder. Oh, Pfeilfalle, ja. Oh, Ende von Part 3. Wo sind wir denn letztens gestorben aus? Alter, das geht so. Nein, nein, äh. Boah, passt auf. Fuck. Äh, ich treff' genau. Diese Spitze, ey. Alter. Oh nee, Witz. Mach die Spitze da weg, Mann. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich erkenn, du bist tot. Ja, ich wurde von halber Digga eliminiert. Halber OP. Ja, dann machen wir auf jeden Fall. Oh, ja. Egal. Haben wir vorhin gespürt, Mama so. ...Mit dem Farm. Ja. Wie gegangt, ey. aber die sind diese old cooldown aber die ist echt normal oh da unten ist gold, oh da ist raum gar keins glaube ich und frozey bist schon wieder auf dem weg nach unten natürlich fuck ich hab vergessen Holz einzupacken da war auch kein Holz dabei muss ich Steine nehmen, Punkt Ohne Witz Dreck ich darf erst mal zu machen ja du bist da auch reingefallen, also kuckoo ich weiß, ich will die auch und ich will die auch ja da kommst du ja auch nicht rüber so jetzt hab ich mich hier festgehalten oh ich hab Holz dabei, dann kann ich überfackeln ach so stimmt ja, du hast ja diese Tiger Claws ne, ich hab ja da überhaupt festgehalten und wie komm ich da jetzt mit drauf und falsch schadens ne, wo ja hier I'm on my way I'm on my way ah ah jag fato ne entlang ich hab Feilschaden bekommen hey da ist Gold froggy wartet der jetzt, bis er in irgendwer zeigt, wie wir da kein Feilschaden bekommen oder was Es ist auch schon ein Proton, wenn's hier ne Truppe. Weil ich nicht nur einmal sterben werde. Das hat sich ja dagegen. Also ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, Browsy. Oh nein, Heimer. Ich geh da weiter, yeah. Und ich hab mich doppelt bei dir gelegt. Ich glaub das ist wie der Maussu. Nein, ich hab mein Headset dieses Mal in der Headset Einstellung hochgesetzt. Also kukul mich nicht an. Kukul mich nicht an. Kukul. Ich glaub ich trinke. Ja bitte. Ich bin wieder da bei der Lava. Okay, ich überlebe. Ja. War ich doch eben schon. Ne war ich nicht. Also ihr wart da schon, ich war da noch nicht. Egal ich geh da jetzt auch weiter. Ich weiß nicht mehr wo du bist. Irgendwo, somewhere over the rainbow. Ne, du bist ja unter der Erde. Irgendwo, somewhere under the rainbow. Na ja, ist Frosy. Ey, du siehst mich nicht. Doch. Ja. Ich bin vorsichtbar, Frosy. Ja, weil Frosy hat die Augen so und alles was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Ich will irgendwie gar nicht wissen, woher du den Scheiß schon wieder riss. Ich weiß es nicht. Ohne Witz, hättest du diese Spitze dann nicht weggemacht, dann hast du wieder krepiert. Echt? Als ich genau in die Stelle übergeflogen bin. Äh, haha. Hier ist der Heimerdinger. Ich hab Gold gefunden. Seid stolz auf mich. Nein. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab schon 44 Gold. Ihr habt 42. Ich bin glückgemacht. Wie lange hängt mir das jetzt nach, weil die Scheißlinie so... Amomo's Support hängt dir immer noch nach, ne? Was? Amomo's Support hängt dir auch noch nach. Ach, cool, cool. Ich dachte erst mal mit KDU. Ja, das ist ja wieder was Neues. Ha, ha, ha. Oder maybe Udias. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh. Da ist ganz viel Topaz. Ich leuchte dir nicht. Oh, Klaus, mir mal einen Topaz. Nein. Bist du, bist schon fertig. Oh mein Gott, da kommt ein Skeleton. Verkleidet als, ja, so'n Priester oder was das war, ey. Wirklich? Äh. Ich geh da lang. Oh, fuck. Fick dich, Brosi. Ich dachte grad, der Server laggt. Oh mein Gott, von allen Seiten. Wir werden alles schnell. Oh, ich hab ganz viel Silber. Fick dich, Schleim. Weißt du, ob Masu stimmt wie die... Öromo macht nichts. Doch, ich geh wirklich nicht. Er macht das, was er am besten kann. Stinken. Äh, Martin. Da känt das auch hier. Das ist euer Part. Da känt. Ich würd doch gern nach rechts gehen. Da hätt er es gewohnt. Okay, ne. Das mal. Frodi ist euer Navigator oder was? Das ist doch ein Affe. Der liegt doch noch. Mach den Pilz da gleich kaputt. Alter, mein Schleim ist feierlich im Boden. Ich geh da jetzt nach rechts. Weißt du, unten ist ne riesengroße Lavagrube. Ich seh alles. Und die Dioten stehen hinten mit nem Fackel. Ja, guck mal. Weißt du, wie dunkel das hier wird? Ohne Witz, man. Natürlich seh ich was. Musst du nur die Augen aufmachen. Also ich seh was. Und noch mehr Gold. So, ich geh da hoch. Jawoll. Ich werde fast verteilen da hoch. Oh, da ist... Ach so das. Meins, 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 meins. Haken, 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 Haken. Haken, 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 Haken. Fresse, 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 Fresse. Wofür ein Haken eigentlich? I don't know. But I don't care. Lol, was bist du denn für ein krankes Viech? Eine Vfad 4. Nein. Lol, das macht sich zu schaden. Red Husker. Ist sie vielleicht schnell genug. Red Husker. Oh süß. Und das musst du so machen. Perpettel da. Was soll das? Du wolltest doch Marzo sterben lassen, oder? Nein. Ich wollte wieder nach oben gehen, um dir den Weg dazu zu bauen. Alter, da kann. Siehste, das ist eine Mobfalle. Ja. Siehste? Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich froh, dass ich ein bisschen weit entfernt von euch bin. Okay, du sitzt da nach unten. Ich mach links weg. Hey, da ist Topaz. Hä? Los. Mach die zum Farbstoff, okay. Ach so, da sind wieder 5. Licht? 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 Hallo. Oh, da ist eine Spinne. Ein Wallcreeper. Ja, ist schlecht. Ich geh jetzt da runter. Okay. Okay. Was ist das? Teilohr. Äh, da jetzt kann man aus. Wo ist dann? Da ist wieder so ein Wallcreeper. Der tört dich. Wallcreeper? Ja. Guck's dir an. Alter. Die machen Schaden. Dann müsstet ihr in der Nähe von einem Spinnennest, glaube ich, sein. Ja, ich glaube, das ist ein Spinnennest. Ja, das ist ein Spinnennest. Was ist denn von Minecraft geklaut? Geil. Schmeing dich aus. Guck mal die. Boah. Ich will das alles kaputt machen. Browsy, schick mal deinen Schleim da nach unten. Kann der nicht kontrollieren. Dann sag dem Tüte das da unten. Oh. Und, klappt's. Alter, wie viele Spinnen, Mann. Alter, wie viele Spinnen da unten sind. Oh, oh. Mosu, mach es weg. Bleib mir drauf. Tonen für Auf ... Töte, ja, 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 ja... Oh, Oh. Alter. Egal, Boomerang, OP. Wir können nicht runter , springen. Ich seh, es können wir uns runter die Gabe bauen, ey. Gut, diese Kokos ich gar nicht zerstere. Doch, du musst die abbauen. Alter, alter. Guck sie dir ab, was dann kommt. Nicht das. Alter, Felix von. ach ja ihr habt schon den stress ich mache hier ganz gemütlich ich habe zwar keine anrufen aber okay gehen wir da auf rosie guck's dir an sieht ihr das wie viele das sind wir machen das jetzt taktisch wir bauen uns jetzt da rüber ja und dann kommen wir jetzt nach runter echt deswegen ging ja auch alle schaden gerade okay das war glaube ich die schlechte idee ich komme wieder da rum wenn ich den weg finde ich habe einen spinnen banner bekommen finde ich auch warum kommen mir so viele mann vielleicht spawnen die aus diesen scheiß kokons was meintest du da kann stop spawns spinnys bist du ein idiot aber wenn ich ein idiot ja wieso dich er ist immerhin er versuchte mal hin oh jetzt schreibst du es nicht mehr jetzt sagst du es ja ja oh ja jetzt froh die geht mit der zeit er nimmt in bundler technik mit und haben war da unten was habe ich irgendwas verpasst da war gar nichts ich habe gerade froh sie geopfert echt er muss denn als köder jetzt dienen hast du gut gemacht mal so weißt du aber wieso die packt sich immer hinter mir mann da wird aus dem jäger deine jagte ich muss da wieder irgendwie hin wo sind wir langlaufen da nach links ich hab noch 10 sekunden cooldown achso wieder her ne wie viele tränke habe ich noch nach zwei stück ja kämpf mein schlemmes dumm hab ich eigentlich nur diese 50er tränke ey ist er voll schwul oh ich hab gar keinen mehr hm irgendwie hört sich das noch an als wenn sie da einen schaden kriegen ja der schleim ist da nicht nein 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 ach fick dich schleim oh weißt du ich spring auf dem schleim drauf der und der schießt mich was stand denn alter die zuschauer kriegen doch gar nichts mit ach kuckoo ha ja